Hallo liebe MusicStore TV Zuschauer, wir sind hier in Halle 5.1 und zwar in einer Ecke, wo es richtig laut ist und ich mache hier einen Besuch, auf den ich mich besonders freue und zwar bin ich bei Elektron. Neben mir ist John von Elektron. Hi John. Hallo. Wie geht es dir? Ich bin gut, danke. Wie geht es dir? Excellent. And a lot of Elektron fans got really excited about the Octatrack and it's just out since a couple of months and we already can say it's a big success. Yeah, it's been doing really well for us as well. So it seems like we made a product that people really appreciates. People that play live or want to have a sampler that really can process audio in ways not really possible before by a single machine. Okay, and I know a lot of people are waiting for the new operating system. Is there any update on that? Yeah, we'll be releasing it quite soon. In about four to five weeks from now we'll be releasing operating system 1.0 which will be featuring the MIDI sequencer. And this Friday or in the beginning of next week we'll release an operating system containing a lot of new MIDI implementation features. So you will be able to trigger tracks externally using an external MIDI device. And we'll also have a few updates in the user interface as well to make it more live friendly and more fast and easy to use. Okay, also Kurzübersetzung war ein spannendes Jahr für Elektron. Der Octatrack war ein riesen Hit und verkauft sich wahnsinnig gut. Und für alle Besitzer gibt es gute News. Es kommt das Betriebssystem 1.0 und zwar so in circa vier Wochen und da gibt es eine Menge cooler Features. Es gibt einen neuen MIDI Sequencer und viele Optimierungen für den Livebetrieb. Ich werde auch externe Geräte ansteuern können. Also es wird wahnsinnig spannend. Und hinter uns hören wir jetzt schon so ein bisschen brodeln. Behind uns ist etwas passiert und ich denke, es ist Zeit, eine kurze Liste zu haben. Ja, ich schicke es. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo liebe Musik.TV Zuschauer. Jetzt gibt es noch etwas zu hören. Neben mir ist Jake. Jake, bist du bereit zu rocken? Ja, immer bereit. Es ist nicht ich, es ist die Maschine. Ich werde dir das sagen. Okay, lass uns das machen. Wir werden zu können. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.